Okay, das Fernsehen ist für mich Ein interessantes Informationsinstrument, jeden Tag die Tagesschau oder eine andere Hauptnachrichtensendung, manchmal ein Krimi. Das Radio sehe ich als Musikspender, manchmal im Auto als Nachrichtensender. Weblogs sind Nutze ich nicht. Der Journalismus ist Bedroht Medien- und Kommunikationswissenschaften sollten sich möglichst stark an der Praxis orientieren und auf den künftigen Beruf vorbereiten. Meine Frau ist eine überaus wichtige Partnerin.